Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Die Grenze zwischen unserem Arbeits- und Privatleben verschwindet. Das Bedürfnis nach Gestaltungsmöglichkeiten und Sinnhaftigkeit der Arbeit steigt permanent. Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt und die Organisation in Unternehmen? Arbeit wird flexibler, Remote Work und Coworking werden zur neuen Normalität einer modernen Unternehmensstruktur. Organisationen brauchen neue Arbeitsformen, um damit die Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden weiter sicherzustellen und zu kultivieren. Lassen Sie uns den Zukunftstrend New Work unter den Aspekten Organisation, Kultur und Technik betrachten. Organisationen werden flexibler und adaptiver, um sich an die Erfordernisse einer sich permanent veränderten Welt anzupassen. Weiterhin geht es darum, Aufbaustrukturen, Prozesse und Methoden so zu gestalten, dass die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten und Potenziale optimal entfalten und so zum Erfolg des Unternehmens beitragen können. Brechen Sie starre Hierarchien auf und geben Sie Ihren Mitarbeitenden den Gestaltungsspielraum zum Lösen von Zukunftsaufgaben. Schaffen Sie die Basis für Work-Life-Blending, bei dem die persönlichen Bedürfnisse bestmöglich berücksichtigt werden, um positive Effekte auf die Produktivität zu erzielen. In Zeiten von Remote Work wandelt sich das Büro zu einem Ort für zwischenmenschliche Beziehungen, an dem Unternehmenswerte gelebt werden. Schaffen Sie reale und digitale Räume für Begegnungen, nicht nur zur Kollaboration, sondern auch zur Stärkung des Wir-Gefühls. Menschliche Fähigkeiten wie selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Arbeiten sind die Grundlage für den Erfolg von neuen Arbeitsmodellen. Stellen Sie das Individuum und seine Fähigkeiten in den Mittelpunkt, um Arbeit flexibler, kreativer und sinnstiftender zu gestalten. Cloud Computing, Mobile Devices sowie KI revolutionieren unsere Arbeitswelt. Der direkte Zugriff zu allen benötigten Daten und Informationen ermöglicht es, im Homeoffice oder von unterwegs mit anderen Kolleginnen in Kontakt zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Starten Sie Ihre Mitarbeitenden mit der notwendigen Hardware für ortsunabhängiges und zeitlich flexibles Arbeiten aus. Beschaffen Sie professionelle Software-Tools für Videokonferenzen, Kollaboration und Projektmanagement, die die transparente Zusammenarbeit unterstützen. Gemeinsam machen wir Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Sprechen Sie uns an!